Da geht es hoch zum Sonnenspeer. Hier bist du, wie versprochen. Viel Glück bei deiner Suche. Wo willst du hin? Nach Sonnenfall. Ich muss zu den Schattenkaja gehen. Laut Marath führt dich der Weg fort von ihnen. Den Berg hinauf. Die Menschen in dieser Siedlung zählen auf dich. Dann geh, Eloi. Ich hoffe, du findest, Urit. Die Nora ist weg. Schade. Sie wäre sicher hilfreich, falls etwas schief geht. Meinen Bruder finden? Aber ist er tot oder lebt er noch? Was hast du gesucht, Urit? Hast du es gefunden? Oder hat es dich gefunden? Ja. Und damit Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Horizon Call of the Mountain. Ja. Ich dachte, ich packe Eloi nochmal rein. Das sieht halt echt geil aus. Ja. Ja. Ja, wir haben volles Leben. Mal. Woops. Was? Des 하� continued... Ops. OWNERS website Realmente www.amidbred.com guides Johnny Abarth www.ens vid www.sOOO.fr www.s www. parcelbred.com Kann ich nochmal runterklettern? Ja, ne? Ich hab da was gesehen Seht ihr das da? Das da? Das möchte ich unbedingt abschießen Einen Moment Wir haben's gleich Ich kann loslassen Na, so geht doch Ähm Kurz mal testen Äh, wo bin ich hier? Hier bin ich Okay Okay, er packt automatisch weg Da ist die Kante So So Sie sagt, ich könnte begnadigt werden Hätte nie gedacht, dass ich's rausschaffe Oder gar neu anfange Ah, sieht halt schon geil aus Kann man echt nicht sagen Ein Metallteufel, ne? In Im Im zweiten DLC Von Ne, im DLC Ne? Ähm Vom zweiten Teil So rum Da wird ein Schuh draus Ähm Ja Bekämpft man so ein Ding Ja Ich glaub, ich hab keins verpasst Da hinten ist noch eins Hup Erwescht Oh Aha Ich muss noch weiter runter Ah Da hinten komm ich nicht hin Äh Ähm Dann muss ich wohl sprengen Nee Ah, da oben Ne Geht doch So 4 von 15 Ja Hier gedrückt halten Was Nice Gut Was Interest Wegdrücken Ich bin grau hab ich Ein Kau hab ich, den ich beim Klettern erwischt. Dann hab ich ein Problem. Einmal ein Guter. Na? Als Vater mir befall Prinz Itamen mitzunehmen, dachte ich, ich würde ihn beschützen. Ja. Ja. Ähm. Klettermarkierungen. Ne, hier ist echt nix, ne? Einhändig! Yay! Jetzt nennen mich die Leute hinter den Schatten. Ein Verreiter. Ja. Wegmarkierung. Die Pilger müssen viele Scherben gehabt haben. Ist von besserer Qualität als meine Kleidung. Sammelnobjekt gefunden. Na hinten gucken, wenn da irgendwas ist. Mitten in den Fels reingebaut. Ja, also ich mein... Ja. 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 Hat er den Wanderweg genommen? Oder hat er... Ähm... Alter. Einfach nur geil. Da drüben weiter. Ja, hier. Der Pilgerpfad scheint hier lang zu sein. Genau. Ne, geh ich mal in den Pilgerpfad. Ähm... Da sonst dies da. Oda? Oh, und? Oh, und! Hun corell dazu! Und dann lasst euch dieispivität... Oh nein. Alles 방ü mathematics ist hier. Auch jemand stimmt nicht? ウir広ab exploit dir. Aha, nichts. Du darfst seine gehört haben. moves dich ist hier. Ü MUSICinkingt. Und an der Begnadigung käme ich frei. Aber was würde das schon heißen, wenn jeder denkt, ich sei ein Verräter? Ich weiß es nicht. Schon schön. Und die Schmeckerlinge. Und die Schmeckerlinge sind überall. Ja, hier geht's runter. Hier. Hier. Boah, halt dich fest. Und ja, mach... Aua. Ach, die ist hier. Die ist schon wieder gedreht. Echt schön. Kann man echt nicht... Aua. Aua. Oh, ist das toll. Ach, guck mal, was da oben ist. Meisterhafte Kletterei. Eine Trophäe. Hi. Was dreht das Handgelenk mit der Handfläche? Ah. Die Elemente gemeistert. Eine Trophäe. Nice. Und wie wechsle ich jetzt die Pfeile? Wenn ich jetzt nach hinten greife, dann habe ich einen normalen Pfeil, glaube ich, drin. Dann, ne? Ups. Ähm. Okay. Ähm. Ähm. Peace. Okay. Ähm. Na. Viereck. Okay, das ist dieselbe Taste. Ja. Keine Ahnung. Was ist das? Fünf von fünfzehn. Ähm. Okay, dahintere komme ich nicht. Okay. Ich kann es abtasten, wo ich mich gerade wieder im Raum befinde, weil irgendwie drehe ich mich immer gern. Okay. Ein Secret? Ah, ja, ich komme da auch wieder her. Okay. Okay. Ja. Hier ist wirklich nur... Ah! Hä? Ähm, was? Ja. Das gibt ein paar Feuerpfeile. Ah! Jägerpfeil ausgerüstet. Gut. Ein Schritt näher. Kann ich genug haben. Okay. Ja! Nehme ich mit? Rüstungs-Upgrade erhalten. Cool. Sammle Teile von Metallschritte, um die Rüstung zu verbessern. Dankeschön. Cool. Erster Rüstungsteil. Rüstungsteil. Äh. Muss ich jedes Mal dann hier rüber, um die Pfeile zu wechseln? Okay, ich hab drei. Ich hab drei. Plus zwei. Okay. Vor der Globehälter. Ja. Okay. Wenn ich jetzt... Okay. Ja. Befiege ich mich nach oben? Ich weiß es nicht. Ich seh nur noch ein helles Leuchten vor mir. Ich hoffe einfach mal, dass ich mich nach oben bewege. Ja. Mach ich. Okay. So. Mal gucken, was hier noch drin ist. Aha. Sollte helfen. Okay. Okay. Okay, nochmal ne Lohe. Ah, komm. Was soll da, Geiz? Craften wir gleich. Genau. Kann nicht genug haben. Weitere Flüchtlinge aus Dämmerungsgriff. Weitere Angriffe. Was wolltest du finden, Uret? Leergott. So. Ist man hier noch drin? Noch mehr Lohe. Lohe. Hä? Wie viel Lohe man bekommt? Ne. Sonst ist es leer. Okay. Richtig. Los, Hau. Na, wie viele Feuerpfeile habe ich? Zwölf. Okay. Oh. Die Held. Mache ich mir keine Sorgen. Alter. Sieht halt schon echt geil aus. So, bevor ich jetzt nach unten gehe. Hatte ich mir nicht. Oh. 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 See? Oh. 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 Wie wechsel ich auf die Feuerpfeile? Oh nein! Ja, du hast mich erwischt, jetzt taumet sie! Und der nächste! Aua! Au! Na? Pfeil, komm her! Au! Ja, weiter auseinandernehmen! So ist das! Aua! Ein Grau habe ich Schwarm besiegt! Eine Trophäe! Oh, zum Glück habe ich ein Rüstungsupgrade bekommen! Uff! So ist das! 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 So ist das!